Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls Teil 2. Wir haben letztes Mal, ähm, Rosal, Rosalind, befreit. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Auf jeden Fall eine nette junge Dame, die uns Magie beigebracht hat. Oder beibringen möchte. Guck mal, das ist ein Leuchtfeuer. Super, das geht ja flott. Ich mein, zwei Meter weiter hinten ist Majula, aber gut, ich beschwere mich ja nicht. Je mehr Leuchtfeuer, desto besser, sage ich da. So, hoffentlich sind hier nicht irgendwelche Viecher drin wieder. Die platzen oder mich vergiften oder irgend sowas, ne? Ja, wisst ihr schon, irgendwas halt. So, was haben wir denn hier? Eine Estusflakonscherbe, das ist ja schön. Aber ich werde noch nicht zurückgehen nach Majula. Was hebe ich mir dann? Was war das? Was war das? Oh, warte mal, komme ich da rüber? Hä? Tatsächlich. Oh, da ist doch wieder einer. So ein Bauchseckler. Ja. Guck nicht so blöd. Ich stinker, du. Ich kann nicht wissen, was das für Viecher sind. Und warum haben die so einen dicken... Ne? So einen dicken Sack. Warum haben die das? Hallo, Kleiner. Bums. Und Seele eines stolzen Ritters sowie ein Menschenbild. Sehr fein. Gibt's hier was? Gibt's hier was? Gibt's hier was? Nein. Gibt's hier was? Gibt's hier was? Nein. Man weiß nie. Nein. Dann wollen wir mal gucken, dass ich auf die andere Seite noch komme. Hallo. Na? Alles fit? Was ist das? Ah, die sehen halt aus wie aus so einem krassen Horrorfilm entlaufen, finde ich. Richtig ekelhaftes Gegner-Design einfach mal. Dann haben die noch so einen fetten Knüppel, mit dem sie mich verprügeln wollen. Das ist... Ja, fetten Knüppel und dicken Sack haben die, ne? Das ist voll widerlich. So, ich drücke mich hier gerade ein bisschen ab an den Wänden. Vielleicht hört ihr das sogar. Wetter? Da ist nix. So, okay. Hier noch? Habe ich eben gar nicht, oder? Ach, egal. Mach ich halt nochmal. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Okay. Ja, ich weiß nicht, was ich... Ich fand's irgendwie cool, dass ich Wände einhauen muss, um das Geheimnis zu entdecken. Oh, cool. Wo sind wir jetzt hier? Dual-Wield. Hier sieht's gar nicht mehr so schön aus. In Majula war's so schön sonnig. Schattenwald. Oh, das hört sich ja traumhaft an. Schöner Schattenwald. Da ist gerade einer. Der schmamscht gerade an dem, glaube ich. Oh, du Sack... Sackbeutler. Yes. Dual-Wielding ist schon cool, aber dafür brauche ich so viel Ausdauer. Ja. Lebensstein. Okay. Der hatte noch was. Eine schwindende Seelen. Das sind 50 Seelen. Das ist voll für den Eimer. Oh, hi. Na? Ja, den mach ich lieber so. Vor allem, wenn sie zu zweit kommen, dann kann ich die viel einfacher so schletzen. Au. Schmeißt du damit Dreck auf mich? Ihr Arschgesichter. Au. Das ist doch... Was schmeißen die denn da? Steine oder was? Feige Säcke seid ihr. Arsch. Arsch. Komm runter. Ich wollte gerade sagen, die scheinen ja sowas wie Verstand zu besitzen, aber zum Steine schmeißen muss man ja nicht unbedingt klug sein, oder? Wie? Das war ein Treffer. Erzähl mir das nicht. Arschgesichter. Ehrlich? Da schmeißen die mit Steinen von da oben. Ich glaube, es hackt. Ist schon wieder Demo, oder was? So. Was ist hier, das? Pharaus Wahrheitsverkünder. Ah. Wieder mal einer. Das ist schön. Habe ich nicht noch irgendwas bekommen, was ich vorlesen wollte? Ich weiß es nicht, aber ich... Ah. Ich lese so viel in letzter Zeit vor und... Und finde auch so viel. Na, ist frisch. Wahrscheinlich nicht. So frisch seid ihr nicht. Ach, du Steine schmeißen, das Arschgesicht. Fällt's auf. Ich fluch schon wieder so viel. Ich will das nicht. Warum kann man aus dieser Bewegung hier... nicht ableitend eine zweite Bewegung machen? Ja gut. Geht doch. Aber trotzdem. Es ist voll doof. Früher konnte man so richtig schön Kombos ausführen. Was ist sie denn? Ein Engel. Mit einem Herz. Lass mich raten. Da. Ich dachte schon, das stürzt du ein, wenn ich drüber laufe. Würde zu Dark Souls passen, oder? Diese Statue. Kann ich da vielleicht beten? Ich meine, das ging ja... An dieser einen Statue, wo man dann in den Covenant eintreten konnte. Mit Willensvoraussetzungen natürlich. Ja, ja. Kommt die jetzt hier überall, oder was? Ich mag euch nicht. Ihr Stinker. Das ist schon wieder Leuchtfeuer. Sag mal, die verwöhnen mich hier, aber... Pausenlos. Auch das wird nur kurz aktiviert. Ja, den Denkfehler habe ich jetzt nicht mehr, dass ich irgendwie was nicht aktiviere. Weil man sie auch so dann hat. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Holly hat was gesagt von Nebel. Warte ab, bis du zum Nebel kommst. Ich habe ihm schon gesagt, warte ab, bis du grün siehst. Ja, grün ist fies, ne? Grün ist richtig fies. Was machst du da? Gib mir was ab. Oh, sag mal nicht so... Egoistisch! Ihr Drecksäcke. Komm runter. Ihr Hesslons. Kommt. Ne, jetzt wollen die nicht. Hallo. Kinder, komm jetzt rennen die einfach wieder weg. Wie so ein Affenstall seht ihr aus. Wie er lauft da. Höhle, Höhle, Höhle. Ne, drei Schläge. Na, komm. So, schön. Auf so freier Fläche kann ich, glaube ich, besser mit Dual-Wield arbeiten. Schön. Falkion. Hat sich eben angehört, als würde die Pflanze zischen. Als würde die mich anzischen, oder? Hi. Ja. Ich guck, wie schnell die kaputt gehen. Das ist der Wahnsinn. Ich drück immer einmal zu viel. Das ist voll doof. Ich muss mich mal dran gewöhnen, an das Dual-Wielden. Regen der Lebenssicherung und große Seele eines stolzen Ritters. Das ist schön. Das ist sogar wunderschön. Ich geh erst mal hier weiter, oder? Ja, ich glaub, dir bald wieder ein Boss oder so ein Spaß. Da hab ich Freude. Bist denn du schon wieder? Oh Leute, ich will nicht immer den Fehler machen und Leute anschießen, die sich dann als gar nicht böse herausstellen. Deswegen warte ich mal kurz. Okay, ich glaub, er ist böse. Sieht aus wie so eine kleine Dehnwache, oder? Siehst du so? Das ist sogar eine. Oha. Oha. Ja, komm. Beine Dehnwache. Oh nein. Du willst jetzt auch noch spielen, ja? Alter Schwede. Nein. 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 Alter. Du Kackwurst. Oh. Alter. Schreckiges. Du Mistvieh, mach mir meinen Plan nicht kaputt hier. Oh, guck mal, was das abzieht. Krass, 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 krass. Ich werd gleich doch nochmal rumdrehen hier. Ich glaub, das geht so nicht. Das geht doch nicht. Ja, das war super. Gewechselt und dann doch nicht mehr, ne? Oh, oh. Hi. Hi. Ja, alles frisch. Bei euch. Meine Güte. Ja, ich hab Twinkling Titanite gefunden. Für mein Drangleic Schwert. Drachentöter, Halbmond-Axt und ein goldener Falkenschild. Aha. Das will ich immer doch mal ansehen. The Crescent Moon Axe ist das, oder? Ne. Drachentöter, Halbmond-Axt. Die geliebte Axt des edlen Lothian ohne Schild, ehemals aus Forossa. Kein Krieger konnte der Wucht des unbesiegbaren Lothians standhalten, doch er zog sich plötzlich vom Schlachtfeld zurück und man hörte nie wieder etwas von ihm. Einige behaupten, er wurde von der Schwäche seiner menschlichen Feinde überdrüssig und zog aus, um den legendären Drachen zu töten. Okay. Und das Schild. Das sieht ja lustig aus. Sieht echt aus wie ein Falke. Kleiner von den Volgenfalknern getragener Schild. Wirkt aus der Entfernung wie ein schimmernder goldener Falke. Die Furchthaftigkeit der einheimischen Wolgensoldaten ist legendär. Furchthaftigkeit. Aha. Es überrascht daher nicht, dass zum Ausgleich dieser Gruppe von Falkner-Soldaten angeheuert wurde. Diese Gruppe. Die Falkner trauen gerüchterweise niemandem und verlangen sofortige, vollständige Bezahlung. Verwundern sollte dies jedoch nicht. Sie leisten viel mehr als das, wofür sie bezahlt werden. Und dessen sind sie sich auch bewusst. Aha. Will ich mal gucken. Oh. Die ist gar nicht mal so schlecht. Die hat sogar Blitzschaden. Und das Schild ist wahrscheinlich total untauglich für meine Zwecke. Ja, leider. Der hat nicht die vollen 100%, aber 80% und eigentlich in allem ganz gut. Soweit, ne? Naja, geht so. Geht so, geht so. Leute, aber ich werde jetzt erstmal zurückkehren. Nach Majula. Also reparieren. Ist ja sowieso drin, weil ich am Leuchtfeuer bin. Aber ich werde mir auch einen neuen Estus holen. Die neue Scherbe. Weil ich glaube hier, die kommen ja nur, wenn ich da rausgehe aus dem Turm, oder? Ist da noch was irgendwo? Habe ich hier irgendwas übersehen? Wahrscheinlich. Ihr schreibt es mir dann wieder. Bruga, da und da hast du was vergessen. Da lag noch was. Aber ich glaube, dieses Mal war ich recht gründlich, oder? Außer halt das hier wieder. Habe ich nicht gemacht. Gut, hier wird es nicht gehen. Ich denke mal schon, dass das eine gerade Wand sein muss. Und nicht irgendwie so eine komische Schräge. Das ist bestimmt irgendwo eine Geheimtür. Ach, das ist irgendwie ein bisschen doof. Wenn man es nicht weiß, dann rennt man jede Wand ab und drückt sich erstmal ein, ne? Dann drückt man sich wund. Okay, aber hier scheint echt nichts zu sein. Ach komm, ich gehe später nach Majula. Jetzt bin ich gerade ein bisschen gierig. Was ist das hier eigentlich? Das ist das Dach hier. Was sieht man das? Na gut, das ist kein Dach. Das sieht mir aus wie ein hässlicher Berg. Keine Ahnung. So ein Sandberg, oder was? So, Klatsch. Wunderschön. Das hätten wir. Ja, man weiß nie. So, ich würde wieder rumknacksen alles hier, ne? Alles am Knacksen. Nee, Nebel, zum Schluss. Wenn ich da schon vom Holly explizit drauf hingewiesen werde, dann mache ich das echt zum Schluss. So. So. Dual-Wheel. Fein. Fein ist das. Mal ganz ehrlich, für wie blöd haltet ihr mich? Guck mal, das leuchtet schon so, ne? Das ist doch bestimmt der Sumpf des Todes. Wisst ihr was? Ich roll mal auf dem Rückweg rein und dann mache ich das, dass ich abhaue. Oder? Nee, das ist auch doof. Ich habe so viel Seelen dabei. Soll ich machen? Ich meine, das Leuchtfeuer ist nicht weit weg und noch gibt es keine Gegner hier. Das ist wahrscheinlich das Dümmste, was ich tun kann hier. Oh, das war knapp. Roter Tränensteinring. Okay. Lief ja ganz gut. Man weiß echt nie bei Dark Souls. Das kann immer Arsch sein. Man kann immer in eine Falle rennen. Und dann ist man halt tot. Den roten Tränensteinring, habe ich den nicht schon? Den habe ich doch schon mit der Hand gehabt, oder nicht? Nee, das ist der nicht. Der hier, den habe ich schon mit dem Ladebildschirm gehabt. Äh, Kaitha, die Göttin der Tränen, beweint die unverdient Gestorbenen mit Tränen so rot wie Blut. Es heißt, der Stein in diesem Ring sei eine solche Träne. Aha. Sieh mal, ich habe das, ich habe das Siegel noch gar nicht. Das Symbol des Königs. Ach, das ist doch auch hier im Wald. Im Wald der Riesen. Da hatte ich das doch auch. Da bräuchte ich das Symbol. Direkt nachdem ich den Schlüssel der Soldaten bekommen habe. Oder den Soldatenschlüssel. Da war das. Das habe ich, glaube ich, direkt nach dem Riesen schon gezeigt. Okay. Schauen wir doch mal. Was sich im Nebel verbirgt. Ich habe gar nicht so wirklich Bock drauf. Leute. Ich habe gar nicht so wirklich Bock drauf. Ich würde lieber nochmal runtergehen zu dem grünen Zeug. Und, oh. Das ist ja ganz schön bedrückend hier, der Nebel. Ich sehe halt gar nichts. Alter Schwede. Ist da im Baum mein Gesicht? Oh. Alter. Das ist ja eine Schattenkreatur. Du Dreckarsch. Oh. Alter. Alter Schwede. Ich sehe dich da rumlaufen. Ganz ehrlich. Lass mich verarschen. Du Mistvieh. Ohne Spaß. Da kommt nur so ein Vieh und schlägt mich einfach. Nicht gewusst, woher. Nicht gewusst, was es ist. Aber es haut mich. Aus Prinzip. Oh Gott. Das ist unheimlich. Hör. Hör. Alter Schwede. Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier gar nichts. Oh Gott, oh Gott. So ist das eklig. Dort leuchtet noch was. Aber. Ich glaube, ich habe hier was gefunden. Was ist das denn? Da sitzt ja einer. Hä? Ich sehe das gar nicht richtig. Was soll denn das für einer sein? Der sitzt da drin oder was? Das ist der mit dem roten Helm hier. Seht ihr den? Was ist rare to flap these gums? Der sagt doch, Gamm ist doch das Zahnfleisch. Und er sagt, ich bewege meinen Mund selten wahrscheinlich. Aber die haben jetzt das mit Helm übersetzt. Na gut. Long ago, I was hired to defend the kingdom. I remember a long, brutal fight and then somebody killed me. So I thought. I came to and found myself like this. I don't know what explains it, but it's not so bad, really. Now I watch the days go by and gaze at the night sky, thinking of the finer things, far removed from war. I'd grown weary of battle, but did not realize it until now. I know not what brings you on this journey, nor will I deign to ask. You may bear a great burden, but don't we all? I prefer to stay my distance. But I want to warn you of something. My body. I see visions. My body, headless, raging without me. My body, wielding my sword, a sword forged only to kill. My body will show no mercy. If you see the wretched thing, stay far away. Oh. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich bin mit dem Gamepad an... Sorry. Was ist das für ein Typ, Mensch? Vengals Kopf. Kopf ab. Hahaha. I cannot lie. Sometimes I wonder what's become of the kingdom. I was a hired hand, yes. But we soldiers stared death in the eye together. And for his highness, I am afraid. But perhaps it's for the best. We knew not what we fought for. Hmm. I was born in Feroza, to land in the distant east. When I was born, we were already mired in prolonged conflict with our neighbors. Eventually, our kingdom fell. Our people scattered. I've been a sellsword ever since. All I ever knew was war. And I can imagine no other way to live. What a fool I was. Ich frag mich, was er ist. I am grateful for these peaceful days. Ich meine, er sieht aus wie ein Untoter, aber es kann doch kein Mensch sein, oder? Das geht doch nicht. Thank you for lending an ear to my rumblings. Oh klar, ich kann gut so hören. Here, take these. I have no use for them. Aha. Vengals Helm. Go along. And resume your journey. Geile Sache, Leute. Der schickt mir einfach seinen Helm. Entkörperlichte Gedanken. Was hat er denn? Claymore und ein Großschwert. Und Ring des Seelenheils. Hebt tot und Versteinern aufzubricht jedoch. Ja gut, das ist der. Oh, oh. Zerstörungsgroßpfeil. Großpfeil, der Durchschlagsschaden anrichtet. Mit fein gefertigten Spitzen versehene Großpfeile können Ausrüstung beim Aufprall zerstören. Um tapfer zu sein, muss man dem Feind nicht zwingend direkt gegenübertreten. Insbesondere, wenn er besser gepanzert ist. Verwendet diese Pfeile und schädigt ihn aus der Distanz. Blitzurne. Explodiert und richtet Blitzschaden an. Interessant. Aha. Goldharz. Da werde ich mir was kaufen von. Und eine Zauberbarriere. Hüllt den Körper in eine magische Barriere. Erhüllt die Resistenz gegen Magie, Blitz und Feuer. Feuer und Finsternis. Dieses Wunder soll den Wirker mit einer Felsen- oder Felsrüstung schützen. Es war unter den Zauberrittern von Mirra weit verbreitet. Ist es das? Vielleicht. Ne. Ist mit ihm das vielleicht passiert? Ich kaufe mir da mal drei Stück von. Ah, ich weiß, es ist jetzt Seelenverschwendung, aber ich kaufe mir immer mal ein bisschen was von dem Kram, den ich finde. Oh, Entschuldigung, ich habe dich weggedrückt. Na gut, dann haben wir hier einen Händler gefunden. Einfach mal so mitten im Nirgendwo im Nebelwald. Aber Leute, ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir nächstes Mal. Lasst mir gerne was da. Gebt mir ein Like auf das Video, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr darüber freuen. Und ja, wir sehen uns dann wieder nächstes Mal bei Dark Souls. Teil 2.